Hör mal, Mike. Sollen wir für heute Schluss machen? Irgendwie ist mir das gerade alles zu viel. Äh, ja klar. Wenn du willst. Es tut mir leid, dass ich nach Hause will, bevor wir überhaupt richtig los sind. Aber ich fühle mich so gar nicht motiviert. Vielleicht liegt es an dieser Legende. Ich werde nach Hause gehen und versuchen, mich ein bisschen auszuruhen. Bis morgen. Okay, gute Besserung. Pikachu? Mike, es tut mir leid. Ich habe kurz an dir gezweifelt. Aber von nun an werde ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich glaube an dich, Mike. Weil du mein Freund bist. So einen guten Freund wie dich findet man nur einmal im Leben. In Ordnung, Mike. Morgen gehen wir wieder alles. Schon wieder. Da ist wieder dieser Traum. Immer dieselbe Silhouette. Wer kann das sein? Oh, er sagt etwas. Ich kann es immer noch nicht verstehen. Aber es ist besser zu hören, als beim letzten Mal. Ich versuche mit ihm zu sprechen. Hallo? Bitte rede mit mir. Wer, wer bist du? Ich bin... Ich bin... Ich bin Gardevoir. Gardevoir? Es ist Gardevoir. Ich bin so froh. Endlich. Endlich begegnen wir uns. Mhm. Endlich begegnen wir uns? Du kennst mich? Was weißt du über mich? Ich bin dein... Nein, warte! Bleib doch! Ich möchte mehr erfahren. Oh nein, es verschwindet. Verdammt. Am nächsten Morgen. Was für ein merkwürdiger Traum. Es war der Traum, den ich immer habe. Aber dieses Mal war er etwas klarer. Ich glaube, ich weiß jetzt, welches Pokémon mir im Traum erscheint. Genau! Gardevoir! Es war Gardevoir! Der fällt mir ein. Was Welsa uns gestern erzählt hat. Ja, ein Mensch. Lass uns mich weiter erzählen. Wie vorher gesagt, sollte diesen Menschen ein tausendjähriger Fluch treffen. Aber in dem Moment, als der Fluch den Menschen hätte treffen sollen, da schützte ihn ein Pokémon namens Gardevoir. Sie opferte sich und nahm den Fluch auch sich. Aber warum? Warum hat Gardevoir den Platz des Menschen eingenommen? Dieser Mensch war Gardevoirs Partner. Zwischen Menschen in Pokémon können sehr starke Bande bestehen. Vielleicht. Vielleicht war ich. Vielleicht war ich ja Gardevoirs Partner. Vielleicht habe ich damals Gardevoir im Stich gelassen, als der Fluch sie traf. Und vielleicht wurde ich deshalb in ein Pokémon verwandelt. Oh nein. War ich es wirklich? Morgen, Mike! Oh, du bist etwas blass. Hast du schlecht geschlafen? Reib dir die Müdigkeit aus den Augen. Lass uns wie immer unser Bestes geben. Ach übrigens, ich habe gehört, dass eine Versammlung auf dem Pokémonplatz stattfinden soll. Ob etwas passiert ist? Da sollten wir lieber nicht hin, oder? Ja, sicher? Wenn du das sagst, wenn du da hin willst, dann können wir da gerne hin. Alles ruhig. Niemand da. Hm. Irgendwie hat sich die Atmosphäre in der Stadt verändert. Vielleicht ist etwas passiert? Mike, wir sollten das mal überprüfen. Das sollten wir definitiv. Was passiert? Sieh mal, sie haben sich alle dort versammelt. Lass uns mal hingehen. Hallo? Ist etwas passiert? Ich sage euch, ich war völlig baff. Es ist wirklich alles wahr. Was ist wahr? Die Legende Wolf und Luna. Ich hatte die Gerüchte an mir geglaubt. Ich hatte die Gerüchte an mir geglaubt. Deswegen war ich ganz schön schockiert, als ich die Wahrheit erfuhr. Mike, Mika. Oh, hallo, Robby. Du bist ja auch hier. Ja. Pssst. Bruder. Ich will hören, was der Typ dazu erzählt hat. Seid ruhig. Hm? Wer redet denn da? Das ist... Nee, ich sage euch, es ist das Fröhliche Opfer. Gänga. Also, ich bin zum Berg der Vorzeit. Und da sah ich es. Das war der Absoluthammer, sage ich euch. Der Absoluthammer? Das... Da war ein Pokémon, das Xharto im Rat gefragt hat. Und diese Pokémon? Ja? Also, das sieht aus wie ein gewöhnliches Pokémon. Aber von wegen! Es ist kein Pokémon, sondern ein Mensch. Was? Also, es war ein Mensch, der in ein Pokémon verwendet wurde. Und da ist noch mehr. Xharto hat den Menschen erzählt, dass eine Verwandlung in ein Pokémon das Gleichgewicht der Welts geschüttete. Augenblick mal. Das ist doch wie in der Voluna-Glegende. Aber das ist immer noch nicht alles. Das haut euch um. Passt auf, ihr wisst ja von den vielen Naturkatastrophen letzter Zeit, oder? Xharto hat behauptet, diese Katastrophen kommen daher, weil das Gleichgewicht der Welt geschont ist. Und wenn nicht bald das Gleichgewicht wiederhergestellt wird, dann wird mit der Welt das Undenkbare geschehen. Das hat Xharto gesagt. Was? Die Welt, das Undenkbare wird geschehen? Was soll das heißen? Was sollen wir tun? Dieser Gengar. Er versetzt alle absichtlich in Angst und Schrecken. Na, 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 Leute. Kein Grund, der Panik. Ich denke, es gibt einen Weg, etwas dagegen zu tun. Was können wir tun? Nun, die Lösung für das Problem ist eigentlich ganz einfach. Wenn ein Mensch stört zu einem Pokémon, wo das Gleichgewicht der Welt stört, na, dann müsste doch alles wieder normal werden, wenn der Mensch weg ist. Stimmt's, oder hab ich recht? Das ergibt Sinn. Wenn man so drüber nachdenkt, vielleicht hast du wirklich recht. Und schließlich ist dieser Mensch der fiese Feigling, der gerade beim Stichs ließ. Ich glaube, der Mensch kann uns nicht vorwerfen. Kann uns nichts vorwerfen, wenn wir ihn loswerden wollen. Ist es nicht so, Mike? Was? Das kann nicht sein. Du? Du bist dieser Mensch? W-w-wolltest das wahr? Antworte! W-wartet! Das ist, äh, es gibt eine Erklärung für alles. Wir fragen nicht dich! Wir fragen Mike! Hey, Mike! Also, was ist jetzt? Bist du wirklich der Mensch der Legende? Bin ich das eigentlich schon, oder? Mike! Mike? Hm, du hast wohl nichts zu deiner Verteidigung zu sagen, was, Mike? Tja, sein Schweigen sagt alles, meine lieben Pokémon-Freunde. Lasst uns, Mike, loswerden und wieder Frieden finden. W-wie bitte? Was ist nun euch gefallen? Was habt ihr vor? W-wah! Mike, lauf! Oh Gott! Nicht in die Rechten! Du Scheißkerl! Was, was für ein Schreck! Dass die Stimmung plötzlich so umschlagen wird, hätte ich nicht erwartet. Es wäre nicht gut ausgegangen, wenn wir noch länger geblieben wären. Aber weißt du, Mike, warum hast du überhaupt nicht dazu gesagt? Warum hast du ihnen nicht erklärt, dass sie den Falschen haben? Du hättest ihnen sagen sollen, dass das nicht, dass ein Mensch aus der Legende bist. Äh, hey, Pika. Nun, sag schon was. Äh. 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 Ich gebe auf. Äh, du gibst auf? Wie kannst du nur was sagen? Äh, hä? Du meinst, du hast es nicht verdient, in unserem Reifelter-Team zu sein? Was ist denn auf einmal los mit dir? Das bist nicht du, Mike. Sag mir, was los ist. Äh. Der Traum. Du hattest einen Traum? Und mit Kadova kam darin vor? Und deshalb glaubst du, du könntest ein Mensch aus der Legende sein? Äh, ich verstehe. Hör zu, Mike. Hast du dich nach dem Traum daran erinnert, wie du jetzt ein Mensch gewesen bist? Nein, hast du nicht. Das heißt, du weißt gar nicht, was wirklich passiert ist. Ich, ich glaube an dich, Mike. Das weißt du doch, oder? Daher. Oh. Oh nein. Nach dem Vorfall auf dem Pokémonplatz haben wir eine Versammlung abgehalten. Wir besprechen und besprachen, was zu tun sei, um die Welt zu retten. Es wurde ein Beschluss gefasst. Wir müssen dich loswerden. Das ist nicht ein Ernst! Ich wollte es zunächst auch nicht glauben. Ich hatte gehofft, das würde nicht dazu kommen. Aber wir haben keine Wahl. Ich werde dich mit all unserer Kraft bekämpfen. Wir sollen hier kämpfen? Wir gewähren dir eine Nacht. Hä? Pack deine Sachen und verlasse diesen Ort. Vom morgigen Tag an werden Retter-Teams aller Art auf der Jagd nach dir sein. Und sie werden dich ohne zu zögern angreifen. Und nicht nur dich. Jeder, der Mike begleitet, wird als Feind betrachtet. Die Jäger werden euch ohne Gnade angreifen. Das gilt auch für uns. Wir werden uns ebenfalls an eure Fersen heften. Auch wenn es noch sehr, so sehr weh tut. Ihr müsst fliehen. Flieht. Flieht. Und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Simsalah. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, gibt es keine Gnade. Lebt wohl. Mike. Auf seine Art glaubt auch das Team von Simsalah an dich. Auf seine Art glaubt auch das Team von Simsalah an dich. Habe ich es dir nicht gesagt? Ich werde mir ab sofort keine Sorgen mehr machen. Was immer auch passieren wird. Ich glaube an dich, Mike. Selbst wenn andere Retter-Teams uns angreifen. Ich werde keine Angst haben. Was hast du davon, wenn du nicht an dich selbst glaubst, Mike? Mike? Raupi. Mike, ich habe dir etwas versprochen. Reicht du noch, dass wir hier eine Beige einrichten würden? Dass ich eurem Retter-Team beitreten würde, wenn ich mal groß bin? Mike, gib nicht auf. Du bist für mich ein Vorbild. Ich glaube auch an dich. Oh. Und was sagt sie jetzt? Okay, ich gebe nicht auf. Genau, das ist die richtige Einstellung. Das gefällt mir schon viel besser. So kennen wir dich, Mike. Also gut, für das Erste haben wir leider keine Wahl. Wir müssen weg von hier. Aber wir werden zurückkommen. Und dann wird die Wahrheit unserer Begleiter sein. Aber wenn unsere Freunde als Feinde abgestempelt werden, heißt das dann, nur ich und Pikachu sind da auf der Reise? Wir wollen auch den anderen sowas nicht antun. Die müssen fürs Erste dann wohl oder vielleicht sogar für immer bei ihren Camps bleiben. Am nächsten Morgen. Es ist so früh. Morgen, Mike. Ich wusste, dass du schon so früh wach sein würdest. Bist du bereit? Können wir los? Noch nicht. Oh, in Ordnung. Ich beante, bis du soweit bist. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Willst du zum Pokémonplatz gehen? Auf dem Platz halten sich andere Pokémon auf. Also sei vorsichtig. Es ist zwar früh und die anderen werden wohl noch schlafen, aber passt zumindest auf, dass du niemanden aufwächst. Okay. Hallo. Oh, komm. Soll ich... cool. Oh, hier kann ich nicht alles böse sein. Wie lange. Oh. Also ich schlafe zwar alle, aber man kann doch mit allen reden. Ich komme am Knaddel of Camp Kiosk. Naja. Aber Camp Kiosk wird eh nix bringen momentan. Okay. Und Kangama, du bist am wichtigsten. Komm, beim Kangama-Lade kann ich was für dich tun. Du kannst gerne ein paar Sachen lagern, du. Ähm. Ich sollte bestimmt auch ein paar Items mitnehmen. Ähm. Denn jetzt wird's intensiv, du. Wir sollten wahrscheinlich die Items hier mitnehmen. Okay. Das sollten wir auch noch mitnehmen. Aber wir haben keinen Platz mehr. Oh. Warte, können wir noch trainieren? Warte, wenn ich kurz was lagern gehe. Können wir theoretisch eigentlich noch trainieren? Das wäre lustig. Ich gehe erstmal ganz kurz nochmal zurück. Wenn ich jetzt noch mal ein Ticket rausnehme. Äh. Oh Gott. Kann ich die benutzen? Hey, Maguita. Äh. Ist noch geschlossen. Okay. Das kann man also nicht machen. Hätte man vorher machen sollen. Aber ist nicht schlimm. Ist mir eigentlich egal. Dann lagern wir die Intensiv-Tickets. So. Und dafür nehmen wir da was anderes raus. Ähm. Top-Elixier. Zwei Stück, würde ich sagen. Ja. Okay. Gut. Was reicht fürs Erste? Was gibt's hier hinten? Oh, Welsaal. Schön am Schlafen. Man kann aber nicht mit ihm reden. Schade. Okay. Gott. So gruselig. So ne Geisterstadt gefühlt. Oh Gott. Und hier sind wir am Infobrett. Hm. Da kommen wir nicht rein. Ist noch geschlossen morgens. Äh. Da kann man nichts anfangen. Es geht. Ist okay. Ist ist okay. Meine Güte. Ja. Ist okay. Ist okay. Die Ladezeiten. Ladezonen. Loadzonen sind zu groß. Wie immer. Mehr können wir wohl nicht machen. Okay. Oh. Hast du alle vorbereiteten getroffen? Ich schätze schon. Wir betrachten noch mal ganz kurz unser Zuhause. Unser schönes, weiches Bett. Unser Wasser. Unser Essen. Okay. Ich bin soweit. Wir müssen Abschied nehmen. Und bis wir rein aufzubrechen? Ja. Es kann losgehen. Dann kann es losgehen. Von nun an sind wir auf der Flucht. Dies wird eine gefährliche Reise. Ich möchte aber unsere Mitstreiter diesen Gefahren nicht aussetzen. Ja, ich auch nicht. Wir sagen es ihnen besser nicht. Lass uns einfach alleine gehen. Wir müssen von den Retter-Team fliehen, die uns verfolgen. Ja, die wissen es wahrscheinlich eh schon, die aus unserem Team. Wir müssen um jeden Preis entkommen. Ja, wir müssen fliehen. Wie Simsela sagte. Nö, 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 nö. Dieses Soundtrack ist, by the way, in, ähm, Sonne und Mond aufgetaucht. Beim Kampf gegen den Bruder von Lily, ich weiß gerade nicht wie da heißt, Gladio oder so glaube ich, oder? Weil der ist ja von zu Hause weggelaufen. Und das hier ist der Soundtrack, weil wir jetzt fliehen und es ist cool. Es ist ein gutes Secret. Und gut ist es, Deck. Auch wenn es noch so sehr weh tut, ihr müsst fliehen. Flieht, flieht und überlebt. Ihr werdet fliehen müssen, bis ihr die Wahrheit herausfindet. Ja, wer oder was bin ich? Selang ich die Antwort nicht gefunden habe, muss ich durchhalten und fliehen. Selbst wenn das bedeutet, bis ans Ende dieser Welt laufen zu müssen. In Ordnung, brechen wir auf. Mike. Robi. Und auch Safgan. Oh, und sogar die Papunga. Wow, ich bin froh. Wir haben jetzt rechtzeitig geschafft. Wir wollten uns noch von dir verabschieden, Mike. Ich auch. Guten Morgen, ich bin Sektor. Ich wollte mich noch von euch verabschieden. Ihr alle. Flopp, flopp. Das ist ein Brief. Mike, kannst du ihn vorlesen? Ja, kann ich machen. Mike liest den Brief. Viel Glück, jetzt heißt es für eine Weile Abschied nehmen. Aber nur bis zu dem Tag, an dem ich dir wieder die Post bringe. Bis dahin werde ich auf dich warten. Der fliegende Post wurde Pelipper. Sogar Pelipper. Danke euch allen. Die anderen Pokémon werden bald aufwachen. Ihr müsst gehen, behalt euch. Jawohl. Mike, gehen wir. Ja, besser wär's. Passt auf euch auf. Du, auch auf dich. Wir warten da auf euch beide. Danke. Wir werden bestimmt zurückkommen, ganz sicher. Passt auf euch auf. Oh, das ist so herzerreißend. Und so begann für Mike die Flucht ins Ungewisse voller Gefahren und Entbehrungen über zerklüftetes Gebirge Wow, ihr geht es aber in die Tiefe. Und brennende Felder. Die Natur ist auch hier außer Kontrolle geraten. Die Waldbrenner wüten noch immer. Doch allen Gefahren zum Trotz hielt sich das Team von Mike Wacker. Unverzagt und tapfer marschierten sie weiter. Das ist die Lapishöhle. Puh, wir sind wirklich weit gelaufen. Mir kam ein Gedanke, als wir unterwegs waren. Alle möglichen Orte sind von den Naturkatastrophen betroffen. Ich bin mir sicher, dass viele Pokémon deswegen in Schwierigkeiten stecken. Ich wünsche, wir könnten wieder als Retter-Team arbeiten und ihnen helfen. Entschuldige, ich heiße mich zusammen. Jetzt müssen wir erst einmal fliehen. Ich höre Stimmen. Ich glaube, die sind dahinter lang. Ich kann uns nicht entkommen. Nicht uns allen. Wir müssen Mike schnell schwinden. Nein, sie haben uns einfach schon eingeholt. Mike, wir gehen besser schnell weiter. Dum, 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 dum. La Absolu 1 Dum, 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 dum. Dum, 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 dum Bam, bam, bam. Oh, oh. Anidorina. Ein Volltreffer. Nice. Ha, ha. Ich habe leider nur nicht sehr effektive Attacken. aber wir sind trotzdem stark genug es ist das erste mal hier war an diesem ort war ich ein wenig enttäuscht dass die gegner stark aussehen aber sie es nicht sind aber zum anderen das habe ich noch besser für mich aber trotzdem was enttäuschend was vergiftet ja kann man auch was ist denn das wäre die können wir benutzen oh gott verdammt wenn er mich zu davon mal was aber hey lasse sein ja wir können in diesem zustand soweit ich weiß keine charaktere rekrutieren also keine punkte ich glaube das geht nicht kommst du kommst du kommst du hast kampf gewonnen anscheinend vermute ich mal hier ist geld aber hier waren wir leider schon deshalb wenigstens nichts sagt dann lebt einfach noch zurückschrecken ich weiß dann kann ich nicht angreifen was zum teufel ich habe gerade gewonnen habt ihr es gesehen was zum teufel hab ich auch noch nicht hau doch ab meine güte nein und nein hau ab bam sag nice hier sind zwei items eine sedelbeere ja kann mich auch nehmen egal und was geld nimm mal mit lapis höhle u3 oh gott müssen schnell fliehen bevor sie uns finden leute aber was eine krasse story wendung oder ich weiß nicht was ich zu gänger sagen soll ich will nicht zu viel sagen aber ich kann euch sagen ich mag gar nicht und das ist wegen diesem spiel dass ich gar nicht mag sondern ich kann pikachu mal für pikachu die steine ausrücken ich habe mich dabei nicht bis da oben gekommen kämpfen wir gegen dich sagt hey banger einer dün 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 u4 schon weg hier weg hier weg hier und trepp ist direkt hier jetzt weg hier vielleicht sind ja schon direkt bei uns eine etage vorher chaos ob aber einsetzen warum nicht alle sind verwirrt ist doch was wir sind umzingelt glaube ich hinter uns sind noch zwei pokémon und ich habe angst auf stört pikachu nein kommt pikachu pika pika kommen müssen schnell fliehen vergesst es nicht wir müssen fliehen wir haben keine zeit für spielereien ja kannst du mal aber was ich sagen wollte wegen dieser einen szene das ist einer der größten grunde warum ich genger zumindest in diesem spiel hasse und unsympathisch finde ich mag genger nicht also normalen punkt spiel schon aber in müsste wie dann schon mag ich nicht und jetzt wisst ihr auch warum ich hätte ihnen das niemals verzeihen warum tut er so was ist einfach nur dreist und sowas habe ich mir früher als kind als acht je oder wie immer wie er eigentlich war habe ich mir auch schon gedacht was ein assi so ich habe ich habe nichts zum essen das ist ein schönes pikachu muss mal kurz wieder sein ja wie belebersamen ist das hier ja aber ich liebe die story von dem spiel es wird noch besser oder ja das ist der größte platt eigentlich normalen story es gibt ja noch after story die wir auch spielen denn offensichtlich und hier ist ein der kittlian weiß anscheinend nichts davon von allem das ist doch gut das haben wir eine schöne das tauschen wir noch mal aus hier gegen schlafsamen und das auch ja ja ok wo geht's lang ich würde sagen nach rechts das ist ja viel besser als das hier ja wir machen ranken gibt dafür weg ja das war sogar ein volltreffer und nein kein lockt doof ich bin hungrig ich bin überhaupt nicht hungrig diese treppe was ist das hier können machen setzt ein träger eine andere attacke als in der folgenden runde ein steigt die volltrefferquote ja das ist ein guter ob du können wir gut gebrauchen den immer mit weiter geht es 7 wir müssen immer weiter immer weiter immer weiter und heiter wir müssen fliehen leute müssen fliehen was ist wenn die schon hier sind was ist wenn die direkt auf dem eingang aus dem aber im ausgang schon auf uns warten bis wir nur durchkommen das macht einen doch angst jetzt habe ich mich selbst in starben gebracht cool oder ja kann man trinken du für ja du elektroball zu trinken es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt es gibt etwas gibt nein egal etwas gibt